Audrey Liebes, willst du mich nicht hereinbitten? Audrey muss nach dem Tod ihrer Eltern eine Zeit der Trauer und Einsamkeit überwinden. Du warst immer so ein Liebeskind. Deshalb schenkt ihr Tante Ramsey als neuen Weggefährten eine Rottweiler Hündin. Sie ist ein sehr intelligenter Hund, Mrs. Ramsey. Einer unter tausend ist es ein Vergnügen, mit ihr zu arbeiten. Doch der Vierbeiner empobt sich als mordende Bestie, die scheinbar von einer höheren Macht entsandt wurde. Ich bin Detective Burris und ich würde mich gern mal mit Ihnen unterhalten. Ein tierisch seltener 80s Horrorstreifen und der Debütfilm von Peter Whitman mit Stephanie Dunham und Hollywood-Legende und The Monster-Star Yvonne DiCarlo in den Hauptraum. Da bist du ja. Play That.